Ich dachte, Geheimnisse darf man nicht weiter erzählen. Und wo bleibt da der Spaß? Sonil ist krank. Zu viel im Schwank. Kaffee im Tank. Kabel auf Bank. Okay, was hab ich gesagt? Carlo von Frank. Carlo von Frank? Wer ist Carlo von Frank? Ist der neu hier im Tierladen? Och, immer erfahr ich alles als letzter.